Denn, denn, gut, wir haben ja noch was vor uns. Also ich hab noch was vor. Bäh, böse Kröte. Bin ich blöd? Nee, ich bin anscheinend echt blöd. Problem jetzt nochmal. Nee, man kann ja anscheinend... Muss doch... Muss doch in der Lage sein, die zu blocken, oder? Nicht blocken, sondern... Naja, war halt so. Bevor ich jetzt hier Unmengen an Estus raushaue, deswegen... Ja. Versuchen wir's mal unten. Hab jetzt auch keine Lust mehr auf tot sein. Das gibt, glaub ich, auch hier irgendwo eine Tür, die sich nur öffnet, wenn man menschlich ist diesmal. Da wollen wir natürlich dabei sein. Im elitären Club. Na? Jo. Ich hab ja den Auftrag bekommen, such König Vendrick. Der ist hier. Irgendwo. Der ist hier. Irgendwo. Ach ja, richtig. Da war ja was. Kollege Aldi, ja. Das sieht ganz schön scheiße aus, dude. Ja. 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 Und tschüss, Dude. gut. Also, mein Bonfire. Muss ich mal gucken, wo es überhaupt lang geht. Aha. Hier war früher mal eine geheime Tür, das Bonfire war nämlich nicht in der Mitte. Na klar, damit man all die ja nicht verpasst, wahrscheinlich. Früher war das Bonfire nämlich hier. Hm. Okay. Ich hab so das... Ach halt, nee. Feuer ist blöd. Erklär ich auch gleich warum. Oh. Oh. Hm. Okay. No light, please. Ooh. Oh. Hm. Ja, ja, gut. Oh, voila. Reef's Great Shield. Gut, das ist hier dann wahrscheinlich ein Tower Shield. Ja, natürlich. Oh, macht aber Schaden. Wow. Hm. Hm. Hm, wieder der Mist. Ja. 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 Ja, gut. Sehr cool. Gut gemacht. Ja. Exzellent. War ich ja fast gut hier. So, die Lidia Black Rove. Bringt die was? Schwer. Halt ich nichts von. Was ist das hier? Scarlet. Brauch ich nicht. Ja. So. Ab hier spätestens ist es am ratsamsten. Die Fackel auszumachen. Denn... Also. Mach's nicht aus. Denn Great Warden Agdain und seine Dudes hier, seine Kumpels, finden das voll nicht gut. Kara. Wir machen hier, was er möchte. Ja. So. Ja. 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 Okay. Mh. Okay. Vendrick. Das ist erstmal wichtig, Geste lernen. Genau. Okay, jetzt gibt es nichts Neues mehr, muss ich mal was kauft, dann. Ring of Thorns.